Nach der totalen nuklearen Vernichtung könnte der Wiederaufbau unserer großen Nation nun ihre Aufgabe sein. Aus diesem Grund hat Vortex Trainingsfilme und Broschüren entwickelt, damit sie die sieben Attribute besser verstehen. Die sie special machen. Ist die Hasenfote griffbereit? Gut, denn jetzt geht's ums Glück. Die Frage, ob sie in der postnuklearen Welt leben oder sterben, kann von einem Münzwurf abhängen. Glück ist ein seltsames Phänomen. Sehen Sie? Ein gut gezielter Schuss löst nicht jedes Problem. Aber wenn das Glück Ihnen hold ist, bringen Sie solche kritischen Momente nicht mehr ins Schwitzen. Was ist das? Nur nutzloser Krempel? Mit etwas Zeit und Geduld haben Sie bald eine stattliche Sammlung. Doch mit dem Glück an Ihrer Seite finden Sie etwas richtig Tolles. Nein, nein. Halten Sie alles fest, was glänzt. Es könnte von großem Wert sein. Und lassen Sie sich nicht von Ihren neuen Reichtümern ablenken. Oh, oh. Das eben war wohl nicht die einzige Bedrohung. Das Glück scheint Ihnen ein weiteres Mal geholfen zu haben. Leider hilft Glück nicht in jeder Situation. Und Ihr Pech kann das Glück eines anderen bedeuten. Glück mag launisch sein. Aber wenn es erst auf Ihrer Seite ist, sind die Möglichkeiten schier unbegrenzt. Eine besonders blutige Angelegenheit. Die Chance auf eine wahre Zerstörungssträhne. Der Zauber des Unerwarteten. Lesen Sie aufmerksam.